We Love Melodies ist für mich einfach die Summe aus den besten Menschen zur besten Zeit am besten Ort. We Love Melodies ist Inspiration, einfach viele tolle Leute kennenlernen und einfach Spaß haben und Musik machen. We Love Melodies ist Inspiration, einfach die Summe aus und Musik machen. We Love Melodies ist ein Lebensgefühl. We Love Melodies ist eine Familie, ein Kollektiv und die schönste Jahreszeit. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. We Love Melodies ist für mich jedes Mal ein Abenteuer. Tolle Menschen kommen zusammen und es passiert ganz viel Schönes und Kreatives und ganz viel Liebe. We Love Melodies ist Familie, weil ich mich wie zu Hause fühle und super dankbar bin, hier sein zu dürfen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.